Hallo und einen schönen guten Tag. Hier spricht Ute. Heute möchte ich euch dieses Muster vorstellen und zwar nennt man das Milchglasmuster, weil man so ein bisschen da durchgucken kann und auch nicht. Ja, so wie bei einem Milchglas, was man nicht so definieren kann. So, jetzt möchte ich euch dieses Muster mal vorstellen. Als erstes nehmt ihr natürlich eure Maschen auf und wir fangen an mit einer Masche rechts, einer Masche links. So, eine Masche rechts, eine Masche links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine rechte Masche, wieder eine linke Masche und die letzte Masche. Ich stricke die letzte Masche immer mit, aber dafür stricke ich die am Anfang nicht. Ich nehme denn so gesagt die erste Masche nur ab. So, die nehme ich jetzt ab und jetzt stricken wir nur linke Maschen, ja. So. Nur links stricken. Alle Maschen einmal durch links stricken. Ja, nur linke Maschen. Da wo die rechte erscheint, auch links stricken. So, nur linke Maschen stricken. So, jetzt drehen wir die Arbeit wieder. So sieht es jetzt aus. Jetzt drehen wir die Arbeit wieder. Wir haben jetzt nur linke gestrickt. Jetzt stricken wir wieder eine Reihe rechte und linke Maschen, ja. So, fangen wir an. Rechte Masche, linke Masche, rechte Masche, linke Masche, rechte Masche, linke Masche, rechts, links, rechts, links, rechts, links. So, wir wenden die Arbeit wieder und stricken auf dieser Seite wieder nur linke Maschen. Jetzt alles nur linke Maschen bitte, alles nur linke Maschen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum das so ist. Könnt ihr euch vielleicht auch schon denken, diejenigen, die schon ein bisschen länger stricken, können sich denken, warum das so ist, damit wir auch dieses Muster hinbekommen. So, jetzt nur linke Maschen wieder. Es geht eigentlich immer in zwei Sätzen, einmal rechts, einmal linke Maschen, eine Reihe und dann eine Reihe nur linke Maschen. So, wir drehen die Arbeit wieder. So, und jetzt schaut euch das an. Wir haben auf dieser Seite eine Linie von rechten Maschen. Ja? Und so soll euer Muster nachher auch aussehen, dass ihr nur auf dieser Seite hier, was die linke Seite ist, die Maschen, die rechte Maschen immer so fortlaufend habt. Ja, so sollte es aussehen. Und das ergibt nachher hier euer tolles Muster. Seht ihr? Also ich finde es sehr schön. Vor allem auch einfach mit dem Struktur da drin. Also ich finde es super. Vor allen Dingen auch einfach für Anfänger geeignet. Und vielleicht auch für Kinder, die schon ein bisschen stricken können, dass sie mal eine Masche versetzt stricken und dann mal eine Reihe wieder nur linke Maschen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei diesem kleinen Video und bei diesem Milchglasmuster, wie man es so schön nennt. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und wünsche euch nochmals viel Spaß beim Stricken. Eure Ute. Und wie gesagt, ich freue mich über jeden Fall.